Moin Moin und herzlich willkommen zu Pony Platforming Project Version 0.8, glaube ich, ist es. Wie springt man? Da ist Pause. Also, bestimmt X oder A.F.Z. Okay, aber auf X auch was. Yeah! So richtig, Bäm! Oh, das ist ungewohnt. So zu spielen. Komm her, komm! Bäm! Komm her, komm! Bäm! Haha, voll weg Bämt! Ey, das ist cool. Irgendwie ist das cooler Spiel. Ach, über die Bäume können wir auch gehen. Ja, können wir natürlich super abkürzen. Hm, nicht schlecht. Äh, hoho! An Brutalität kaum zu übertreffen unsere gute Applejack. Falls der bestimmte Applejack-Fan hier zuguckt, sie ist ein brutales Pony. Okay, das gefällt mir nicht. Ich darf da gleich irgendwas... Creepypasta-mäßiges kommt, wenn ich da runterfalle. Egal, wir springen. Joppidu! Ach so, sollte man es versuchen. Bäm! Apple-Bam! Wow! Ich find das irgendwie... Ich find das irgendwie cool. Ich hab dieses Fisch aus Angry Birds. Wer nicht... Ah! Zu nah dranne! So! Ich weiß gar nicht, ist das Spiel unendlich oder so? Oder müssen wir Äpfel sammeln? Nee, irgendwie nicht! Oh! Boss! Hier geht's zu The Boss! Wer ist denn denn? Oh! Okay, schon geschnallt, wie's läuft! Okay, hab's aber nicht geschafft! Ah! Ah, es gibt's, Leute, was ist das für ein Boss? Oh, die Mucke ist cool! Okay! Okay, da ist... Let's... Last Life! Wir können so an dem Viech anscheinend vom Weich rennen! Ah, das war's! Game Over! Ja! Ja, wenn ihr selbst spielen wollt, in dem Link ist die Videobeschreibung! Und bis dahin sage ich Tschüssi! Tarkovsky! Tarkovsky Tarkovsky Vielen Dank.